So, wollen wir mal gucken. Hat er jetzt die Sound-Einstellung übernommen? Das wäre schön. Ich konnte jetzt auch hier zum Beispiel die Stimme meines Charakters nochmal runterstellen. In der Hoffnung, dass er sich nicht mehr ganz so robotermäßig anhört. Das hört sich doch wesentlich besser an. Gut. Also wie gesagt, ich war normalerweise mit der Heldstimme sehr... Wasserfall und Vogeltränke. Ich war eigentlich relativ glücklich mit der Stimmhöhe, aber wenn die sich so... Aber du hast den falschen vergrüßt. Ach hier. Mit Null. Pelliam. Entzetten. Wie sollen wir... Wie sollen wir... Gehen Sie auf! So, die Frage ist jetzt hier. Hier gibt es noch was. Hier gibt es auch noch ein Spinnennest. Aber da war ich meiner Meinung nach schon. Okay. Okay, gut zu wissen. Und dass ich mich außerhalb des Kampfes nach einer Weile selbst regeneriere. Das gefällt mir persönlich eigentlich ganz gut. Ich habe immer noch so eine komische Roboterstimme. Ist das denn überhaupt möglich, die Stimmhöhen auszuschalten? Oder liegt es an der Stimme selbst? Naja. Ist wieder so ein Ding, ne? Das muss doch irgendwas zu bedeuten haben, diese kleinen Findlinge. Ich bin mir relativ sicher, dass die nicht einfach so da sind. Oh, Knuddelmoves. Oh, Knuddelmoves. Aber, naja. Aber hier war ich schon, meine ich. Ich habe keine Ahnung, was es damit auf sich hat. Aber dann ist das so. Vielleicht bin ich auch noch nicht stark genug. Dann ist das so. Okay. Ja. Okay. Ich meine, hier war ich... Skyrim hätten wir jetzt tausend Millionen Bücher kriegen können. Ja, ich weiß. Flüstere das Passwort. Ich habe da jetzt nicht aufgepasst. Ich passe da generell nie auf. Er meinte, dass ich solle nach einer Vogeltränke Intramuros sprechen. Vogeltränke Intramuros. Hier. Intramuros. Oha. Hier draußen wird euch niemand hören. Ralloc wusste, dass du uns zu dem führen würdest, was du versteckst. Protego, Expelliarmus. Ich werde dich froh. Intentum. Reviotum, Archeon. Wie unglaublich. Expelliarmus. Intentum. Archeon. Protego, Reviotum. Expelliarmus. Intentum. Alter Schwede. Diese Anhänger werden Renrock nichts mehr berichten. Mal sehen, wohin Jackdor mich geführt hat. Bin ich auch mal gespannt. Aber erstmal würde ich gerne mein Leben regenerieren lassen. Da muss ich nämlich nicht ständig diese Tränke benutzen. Und ich muss mal wieder, ja. Jackdor's Grab. Das ist doch schon mal ganz gut. Wie groß dieser Ort wohl sein mag. Oha. Den nehme mit. Aber. Ich mache trotzdem nochmal kurz was. Wo ist denn jetzt mein Handy? Beziehungsweise eins von meinen Handys. Ja, ich benutze aktuell einige. Einfach aus dem Aspekt her, dass ich das. Vom Kumpel habe ich ein iPhone 6 bekommen. Das benutze ich noch sozusagen als, äh, Hauscomputer sozusagen. Ähm, damit, keine Ahnung, so Kleinigkeiten, ne. Das, was man mit einem normalen Handy eigentlich auch macht. Aber ich bin halt eher so einer, ich habe für alles gerne etwas. Bedeutet, ich mache da eher... Die Sachen müssen etwas mit dem Öffnen dieser Tür zu tun haben. Ähm, YouTube-Listen. Das war jetzt richtig? Das war jetzt richtig? Ja, solche Sachen. Mein altes iPhone 4S, was ich noch habe. Das funktioniert an sich auch noch ganz gut. Bin eigentlich auch sehr zufrieden damit. Das benutze ich zum... Niemand wollte hier unten keinen Zufallsbesuch haben. Das benutze ich noch ganz gerne für, ähm... Musik und so ein Kram. Also als MP3-Player eigentlich hatte ich... Ob einer meiner Zaubersprüche mich hier behelden könnte? Ja, könnte es. Das erinnert mich so ein bisschen... Au! Inzendium! Expelliast! Ähm, was wollte ich sagen? Das iPhone 4 benutze ich noch als, äh... Musik-Player. Dafür ist es einfach super. Muss man einfach sagen. Und... Ich weiß nicht, ob ich da hin will. Doch. Eigentlich schon. Die füße ich nicht an. Expelliast! Achio! Inzendium! Lebiosum! Expelliast! Inzendium! Achio! Ekelhaft! Leute mit Spinnfubie bitte weggucken! Oh, komm, schon Äpfel! Wirklich! Au! Bei Skyrim konnte man die noch... Zumindestens, äh... Vom Dingsbums. Vom Haken holen. Ich fürchte... Ich denke mal, wir machen das Grab hier fettig. Unabhängig davon, wie lange es wird. Das ist mir jetzt auch egal. Ähm, ja. Und normal... Benutze ich ja noch das andere Handy. Ausrüstungsplätze sind voll. Schon wieder. Ach nee, ist doch scheiße. Protego! Achio! Hä? Sag bloß, ich kann's jetzt nicht mehr looten. Weil meine Ausrüstungsplätze voll sind. Wollt ihr mich verarschen? Zwillichtumhang sieht halt schon geil aus, ne? Der sieht halt auch nicht schlecht aus, aber... Der passt halt nicht zum Rest des Gewandes. Da würde halt sowas ganz gut passen. Aber die Werte sind halt Müll. Habe ich jetzt den Loot vergeigt, weil meine Ausrüstungsplätze voll sind und ich kann's nicht wieder looten? Also Spiel. Das... Da müssen wir nochmal dran arbeiten, hm? Ich hab das doch jetzt nicht umsonst gemacht. Warte mal, kann ich... Doch, ich... Es geht. Ich mach das jetzt nochmal. Oh, komm schon, nicht verfügbar. Ich will mich nochmal zurück... Und dann einfach mal den ganzen Kram verkaufen, den ich jetzt nicht trage. Einfach alles weg. Wenn ich nackt rumlaufe, ist mir egal. Ja, ich mach den ganzen Kram nochmal. Ist mir egal. Ich will den Auftrag nicht abbrechen. Ich bin ich. Wie versprochen. So, Karte von Hogwarts brauche ich jetzt nicht. Lower Hogsfield. Weggekart. 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 Ein Kobolhauser-Mama scheint verzweifelt, über einen verschwundenen Karren zu sein. Kann ich... Ich will doch nur meinen Inventarplatz raushauen. Ich hoffe, das Spiel schließt sich nicht wieder. Das ist jetzt auch häufig passiert, nachdem ich OBS laufen hatte, was eigentlich komisch ist, weil ich wüsste halt echt nicht, was ich am PC noch ändern soll. Damit es endlich mal ordentlich läuft. Es ist alles aktuell. Die Treiber sind alle top. Die Komponenten sind auch... Einigermaßen... Gut vorbereitet. Also, ich meine, klar, ich habe nicht das tollste Equipment, aber ich sollte eigentlich mehr als genug... Mehr als genug da haben. Gehe ich mal zum Schneider. Kleiner Schneider. Meck, meck, meck. Ich hecke dich in den Dreck, Dreck, Dreck. So, und spiel nur mit Baby Blocksberg. Das wäre cool. Oder so ein Baby Blocksberg-Skin. Wollen Sie heute gerne aussehen? Ich bin eigentlich glücklich. Oh, ich dachte, das wäre ein Schneider und kein Friseur. Pipins Zaubertränke. Die magische Rübe. Eberkopf. Schenke mit Gasthaus. Wälzer und Schriftrollen. Spinwood Sportbedarf. Sonntagsstart. Bekleidungsgeschäft. Kann ich hier auch mein Geschlecht ändern? Hallo. Oh, nur hereinspaziert? Willkommen in Madame Snellings Lockenporium. Ich muss mich sicher nicht erst vorstellen. Früher nannten sie mich Snelly. Oh, Snelly, warum machst du nicht die Ausbildung zum Auror? Aber denen habe ich es gezeigt. Die verstauben im Ministerium und ich bin hier erfolgreich. Sehr erfolgreich. Ja, wunderbar. Aber sehen Sie sich an. Sehen Sie sich an. Ich verstehe, warum Sie zu mir gekommen sind. Ich bin gerade beleidigt. Auf der Suche nach Veränderung? Weiß ich noch nicht. Wieso nicht? Welche Art Veränderung? Manche wollen diesen ausgezehrter Muggel auf der Schwelle des Todes. Was? Aber Gifte werden Sie hier keine finden. Wer braucht Chlorkalk oder Ammoniak, wenn es Magie gibt? Überlegen Sie eine Weile, wie Sie aussehen wollen. Ändern Sie auch Ihre Frisur, wenn Sie möchten. Welche Dienste bieten Sie an? Äh. Was würde Sie denn interessieren? Ist mir eigentlich komplett egal. Sie dürfen jederzeit wiederkommen. Das interessiert... Biss ich alle. So. Legit ripped. So. Komm ich hier rein. Das ist doch schön. Natürlich nicht. Gegenstände verkaufen. Falls ich es nicht erwähnt habe, schön mit Ihnen Geschäfte zu machen. Ich gucke mal, was ich kaufen kann. Vor allem diese hässliche Brille will ich loswerden. Leute, die das Spiel kennen, werden mich wahrscheinlich echt hassen. Hm. Puh. Puh. Hm. Okay. Plus sechs wären das. Verbesserung nicht möglich. Keine Verbesserung angewandt. Sie werden nicht enttäuscht sein. Das ist Besenknechts Versprechen. Sie haben ein gutes Auge für Mode. Ja, geht so. Mit dieser Brille habe ich garantiert kein gutes Auge. Gefällt mir ganz gut. So. Sie haben ein gutes Auge für Mode. Schauen Sie hier. Lol. Test, test. Gut. Gut. Dreckspiel. Test, test. Test, test. Test, test. Test, 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 test. Vielen Dank.